Und Start! Hallo zum Impulssender. Mit dieser fröhlichen Melodie begrüße ich meine Mit-Postcaster Ich verspreche mich. Begrüße ich meine Mit-Podcaster Phil Jan Hallo Und Ben Hallo Postcaster Aber was sind Postcaster? Habe ich Postcaster gesagt? Ich habe gerade überlegt, Postboten sind das nicht irgendwie auch Postcaster? Wenn sie dir die Briefe vorlesen. Ja, okay. Das mag sein. Fangen wir nochmal an. Nee, ich glaube das kriege ich zusammengeschrieben. Das macht die Post-Production alles richtig. Ja, das können wir auch so laufen lassen. Die Post-Production. Das ist weird. Post-Production für die Postcaster. Die Titelmelodie, ja, die indiziert schon, dass es sich heute um einen lustigen Film handelt. So war es zumindest mein Ansinnen. Ja, er hatte ein bisschen was von Humpty Dumpty. Wir wollen heute den Film The Nice Guys besprechen, den Jan vorgeschlagen hat. Das ist eine Komödie aus dem Jahre 2016. Ist das richtig? Ja. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich habe überlegt auf dem Fahrrad hierher zum Podcast, wie ich den Film klassifizieren würde. Weil es hat so, Film-Noir ist es nicht, aber es hat so diese Anklänge von Detektiv-Dasein und so. Und dann habe ich jetzt gerade in Wikipedia gesehen, die klassifizieren es als Neo-Noir-Filmkomödie. Ja, finde ich gut. Aber das Problem ist, wenn man zu viele Klassen schafft, dann hat irgendwann jeder Film seine eigene Klasse. Ja, ja, das werden sie bedeutungslos. Weil Neo-Noir kann ich persönlich jetzt schon nichts mit anfangen. Ist das Film-Noir in Farbe? Nee, Neo-Noir ist eigentlich das, was wir als Film-Noir verstehen. Weil Film-Noir sind diese Schwarz-Weiß-Streifen aus den 40ern aus Frankreich. Mit viel Jalousien. Und Neo-Noir ist eben sowas wie Mulholland Drive oder wie... Elmay Confidential. Confidential. Ja, genau. Chinatown, so die neueren. Cop ohne Sinn versucht, irgendwas aufzuklären und scheitert. So, das ist ja so das Thema. Und das passt ja hier auch. Also Cop, Schrägstrich, Privatdetektiv. Schrägstrich. Privatschläger. Kurze Frage. Ich habe den Film auf Amazon geschaut und habe gesehen, dass es wieder eine deutsche Tonspur gab, bin ich reingefallen und hätte einen anderen Film suchen müssen, wo es die englische gab oder gab es einfach nur die deutsche? In Prime gibt es tatsächlich momentan nur die deutsche, was mich auch ein bisschen geärgert hat, als ich ihn gerewatcht habe. Ja. Ähm, die englische müsste man sich, glaube ich, kaufen. Ah, okay. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man sie extra findet. Ja, ja. Ich habe ihn jetzt in beiden geguckt, eben weil ich jetzt kein Geld ausgeben wollte, aber irgendwie gefällt mir die englische Version besser. Mhm, okay. Ich habe es jetzt auch natürlich dann auf Deutsch geguckt, nach dieser Erklärung. Ja, ich auch. Will? Ja. Ich habe auch nicht jetzt extra Geld ausgegeben, um ihn auf Englisch zu gucken. Okay. Ist ja hier noch ein Hobby, ne? Wir hatten auch nicht mal ein Patreon. Ich hatte ja eigentlich vor, ihn zu kaufen oder auszuleihen, weil ich gar nicht wusste, dass der in Prime ist und habe gesehen, er ist in Prime. Gut. Ähm, der Film ist erst ab 16 freigegeben. Weil einmal Fuck drin vorkommt. Oder warum? Wahrscheinlich wegen Brüsten. Ach so. Ja, stimmt. Die gibt es ja auch noch. Ja, vielleicht auch wegen Gewalt. Ja. Also bei uns wegen Gewalt und dann in den USA wegen Brüsten. Ich habe auch gelesen, es gibt eine geschnittene Version für die USA, wo Bikinis getragen werden. Was? Ja. Ach, bei dieser Ausparty. Auch direkt am Anfang. Ja, und am Anfang, glaube ich auch. Wenn die da aus dem Auto fliegen. Ja, genau. Und so lasziv stirbt. Geschnitten ist ja dann eigentlich der falsche Begriff, sondern ist ja tatsächlich alternativ gedreht. Man kann das ja schlecht schneiden. Ja, aber das... Ja, aber CGI war damals vor dem Film. Genau. Ja, vielleicht ganz kurz zur Produktion. Shane Black. Habe ich noch nie was von gehört. Aber nachdem ich mich informiert habe, habe ich schon ganz schön viel von dem gehört. Ich wollte gerade sagen. Get to the chopper. Den Predator mitgespielt, Alter. Ja, stimmt. Ja, der hat vor allem viel geschrieben. Und er hat den ganz furchtbaren vorletzten Predator gemacht. Predators? Und nee, The Predator. Der Predator Upgrade hat er. Upgrade, genau. Ja, der war ganz, ganz schrecklich. Aber er hat auch geschrieben immerhin Lethal Weapon und Regisseur Kiss Kiss Bang Bang. Ja, hat er nicht auch hier Iron Man 3 gemacht? Last Action Hero, Iron Man 3, genau. Last Action Hero hat er auch geschrieben gemacht. Geschrieben, geschrieben. Ach, geschrieben, okay. Ja, da auch Last Boy Scout. Last Action Hero müsste ich tatsächlich auch noch mal gucken. Den habe ich als Kind einmal geguckt. Den habe ich im Kino gesehen. Ich auch, glaube ich. Oh, der war gar nicht schlecht, ja. Ich glaube, ich habe den auch im Kino gesehen. Auf irgendeinem Kindergeburtstag. Und Kiss Kiss Bang Bang habe ich gar nicht gesehen. Die mochte ich. Das war das Regie-Debüt von Shane Black. Shane Black. Da hat er aber auch beides gemacht. Also direkt als Debüt beides? Ist das normal oder ist das... Ja, weiß ich nicht. Wenn du schon 30 Jahre lang Drehbücher schreibst. Da will ich auch mal Regie für. Oder 20 Jahre. Das ist ja noch keiner richtig gemacht. Ja. Dann ist es eigentlich nur ein Hinzufügen einer anderen Aufgabe. War das ja dann. Und hier hat er auch Regie geführt und auch Drehbuch geschrieben. Aber noch mit Anthony Bag... Was? Bagarazzi. Dazu. Ja. Ich habe den jetzt einfach mal deutsch-italienisch ausgesprochen. Ja, Anthony. Bagarazzi. Bagarazzi. Ja, der hat keinen Wikipedia-Eintrag. Kann man losmachen. Nee, aber wir haben ihn trotzdem mal genannt. So. Dann kriegt er auch Fame von uns. Das sind zahlreichen Zuhörer. Genau. Ja. Produktion. Ich glaube, das war so das, was da interessant ist. Ich habe von David Buckley noch was gehört. Der hat die Musik gemacht, aber beim Nachschauen auch nicht so richtig was gekannt. Produktion Joel Silver. Ja, Joel Silver, der hat irgendwie gefühlt, hat er jeden zweiten Film produziert. Okay, stimmt. Gott, hat der eine Nase. Also, das ist ein Name, den du diesmal, glaube ich, oft. Ja, und auch Lethal Weapon. Also, die haben da schon eine Vergangenheit. Die beiden. Matrix. Redditor auch. Also, er hat schon so ein paar Filme gemacht, die man schon mal vielleicht was von gehört haben könnte. Ja, stimmt. Wie vor, wenn das da. Mhm. Remember, Remember. Wird langsam. Ja. Ja, der hat viel Produktion. Ja. Okay, gut, dass wir ihn nicht vergessen haben. Und dann kommen wir zum Cast. Ja. Was irgendwie Phil Tom Hardy ist, ist mehr Ryan Gosling. Ist es wirklich so? Bist du dann nicht beleidigt, dass ich den immer so scheiße finde? Nö, ich weiß ja, wie dein Geschmack ist. Aha, okay. Positive Support. Meinungsverstärkend. Nee, ich verstehe aber auch, wo du herkommst. Nachvollziehen. Wenn du sagst, er hat nur einen Gesichtsausdruck. Weil es gibt eben so zum Beispiel Drive oder natürlich auch Blade Runner 2049, wo es aber auch zur Rolle gehört. Aber er hat halt ... Ah, oder diesen, wie wie ist der bunte Film da? La La Land? Only God Forgives. Ah, okay. Da sieht er auch die ganze Zeit zu ernst aus. So Filme wie zum Beispiel Nice Guys, wo er halt für mich funktioniert es perfekt, sein komödiantisches Timing auspacken oder auch Crazy Stupid Love, was so ziemlich mehr oder weniger die einzige Rom-Com ist, die ich richtig gut finde. Ja, ich bin ein Ryan Gosling Fanboy, glaube ich. Ja, ich finde den auch gut. Und in diesem Film hat er eine super Chemie meiner Meinung nach mit seinem Co-Star, der nichts anderes ist als der Gladiator Russell Grove. Ja, also der wird ja hier sogar an erster Stelle genannt. Für mich steht er auch an erster Stelle. Ich mag ihn viel lieber, die Figur und wie er spielt, als Ryan Gosling. Aber na gut. Ich würde es gar nicht einzeln sehen. Die machen halt zusammen den Film aus, weil sie eben auch Gegensätze hier porträtieren. Russell Crowe mit dem geordneten, aber nicht so karrieremäßig fortschreitenden Typen, während Ryan Gosling als total chaotischer, besoffener Privatdetektiv sich ein Riesenhaus leisten kann. Ja. Ich muss die ganze Zeit an John Goodman denken. Hat noch jemand die ganze Zeit John Goodman vor Augen gehabt bei Russell Crowe? Nein. Nein. Was? Er sieht doch eins zu eins aus, wie John Goodman damals aussah in dem Alter. Nein. Doch. Nein. Ich glaube, so alt sind wir alle noch nicht. Nein. Naja, vielleicht schon, aber. Ach, überrasch mich doch. Nein. Und Ryan Gosling übrigens sieht mit der Sonnenbrille und diesem Spitzbart genau aus. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Iron Man Schauspieler. Du meinst Robert Downey Jr.? Ja, Robert Downey Jr. Der auch in diesem Film mitspielt. Der spielt auch in diesem Film mit. Also. Nein. Hast du ihn nicht gesehen? Nee. Was? Schade. Ich habe es auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das war Ryan Gosling mit der Sonnenbrille. Aber jetzt, wo ich Bilder von John Goodman sehe, ich weiß, wo du herkommst. Ja. Weil eben Russell Crowe da auch ein bisschen mehr, er hat da ja auch ein bisschen mehr auf dem Knochen, würde ich mal sagen. Ich poste mal ein Bild in unseren Slack und da links kann man schon sehen, die Ähnlichkeit. Ja. Oder? So was meinst du doch? So was meine ich. Moment, schuke ich mal. Aber Gott, wie er mittlerweile aussieht. Haare. Ja. Puh. Der sieht doch genau aus wie John Goodman. Nee, recht nicht. Ach, es ist ja John Goodman. Das ist gerade das für Russell Crowe. Warte, warte. Nee, ich meine. Dann mache ich vielleicht mal dieses Bild. Verblöffen, diese Ähnliches. Ich meine. Ich meinte eher so im Flintstone, Alter. Ja, oder das Bild. Das ist ja auch recht ähnlich. Also nur, weil sie beide jetzt da einen grauen Bart haben. Ja. 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 Das stimmt. Ja, genau. Ja, und sie haben beide eine Nase. Mhm. Aber spielt da jetzt wirklich Robert Downey Jr. mit, Ben? Ja, tut er. Hä? Möchten sie das ausführen? Ja, eine Sekunde. Auch ich muss erst ein Bild suchen. Auch ich leiste meinen Beitrag. Oh ja, den möchte ich auch mal wieder sehen. So, dieses Bild. Und, äh, hat er das jetzt hochgeladen? Jetzt. Nein, echt? Ach, das ist ja krass. Echt, das ist echt, aber tatsächlich. Hast du das verkattet? Ähm, ich hab, ich hab's mir eingebildet. Und dann hab ich mir Wikipedia nachgelesen, weil's mir keine Ruhe gelassen hat. Und da steht er halt drin. Wow. Okay. Du bist ja krass. Für die Zuhörer. Du bist der neue Mario. Für die Zuhörer, weil Bilder posten macht ja keinen Spaß im Podcast. Tun wir in die Shownotes. Geht um eine Leiche, genau. Zu der wir dann kommen. Ja, er hat halt ein Cameo als Leiche. Okay, das ist ja sehr lustig. So ein bisschen wie, äh, Brad Pitt in, äh, Deadpool 2. Ich erkenne ihn nicht mal mit dem Wissen, dass er das ist. Also, da spielt er ja ein Unsichtbarer. Also, man sieht ja nur ein Auge, das andere ist ja weg. Aber ich finde, das Auge und der Mund. Die Nase. Ja, das ist, also, das hat Bär echt gesagt, hä, das kenn ich doch. Doch, 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 jetzt seh ich's auch. Die Nase und der Haaransatz. Und das Auge. Das eigene Auge, das er noch hat. Vielleicht verarscht uns Bär noch einfach für die. Nee, ich erkenne ihn jetzt auch. Oder ich bin einfach sehr beeinflussbar, was das angeht. Ich bin eh super beeinflussbar. Ja, wenn man es weiß, kann man das schon als John Goodman erkennen. Ach, als Robert Downey Jr. Ja, gut. Ja, und der daneben sieht irgendwie ein bisschen aus wie Ryan Gosling. Ja, aber auch ein bisschen wie Robert Downey Jr. mit dem Spitzbad. Vielleicht haben die es deswegen Robert Downey Jr. da angefühlt. Ja, mal gucken. Ja, das sind die beiden Hauptdarsteller. Das ist der Einzige, der das erkannt hat. Sonst hätte man nicht wirklich jemanden. Er ist von Russell Crowe gespielt und Ryan Gosling heißt als Rolle Holland March. Seine Tochter heißt entsprechend Holly March. Oh, das hat mir so wehgetan beim Zuhören. Holly und Holland. Und wird von, oh, Angry Rice gespielt. Die kennen wir von den aktuellen Spider-Man-Filmen. Die wir erfahren. Da spielt sie diese Klassensprecherin, die immer überall zu sehen ist und diese Schulnews vorliest und so. Die Freundin, also Freundin schrecklich, Ex-Freundin von Spider-Mans bestem Buddy hier von Ned. Ah, ja, ich erinnere mich auf dem Klassenfahrt-Film. Keine Ahnung, welcher von denen das ist. Ja, genau. Da sitzen die im Bus nebeneinander und sind auf einmal Freund und Freundin. Da spielst du mir. Also ich spiel quasi jeden neuen Spider-Man-Film. Irgendeinen Home-Film, aber die haben ja alle Home im Titel. Ja. Aber ansonsten kenne ich die auch nicht. Ich kenne die nur von den Spider-Man-Filmen. Aus Black Mirror. Dann kennen wir natürlich auch noch Margaret Qualley. Ja, genau. Die ja Amelia Kuttner ist. Das ist sozusagen die Frau, die gesucht werden muss. Miss Purse? Ich wollte erst Femme Fatal sagen, aber das ist ja Quatsch. Die Damsel in Distress? Ja, ich weiß nicht so richtig. Ja, Damsel in Distress. Genau, sie ist die Damsel in Distress. Genau. Es gibt keine Femme Fatal, oder? Von daher ist das auch keine Neo-Noir-Film-Commude. Das ist ja völliger Quatsch. Ja, aber Kim Bae sind schon Neo-Noir. Neonir kommt ohne Femme Fatal aus. Ach so, na gut. Kim Bae Singer, genau, ist ihre Mutter. Ja, Margaret Qualley kennen wir natürlich aus The Leftovers. Genau. Ja, und das ist die Tochter von ... Ja, du hast es mir doch gerade erst gesagt. Andy McDowell. Andy McDowell, genau. Das sieht man auch, wenn man es weiß. Ich habe noch nicht The Leftovers geguckt. Und ... Da ist Tim eingeschlagen. Man kennt gleich noch ... Ich glaube, ja doch. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Jetzt habe ich es noch mal nachgecheckt. Lois Smith, die spielt die, ich glaube, die Oma. Die Tante. Ja, die Tante, die ihre Nichte Misty Mountains glaubt zu sehen. Und die kenne ich aus Twister noch. Da spielt die Oma, die die Steaks brät. Wow. Das ist krass. Ah, die Oma, die die Steaks brät. Ja, aber Twister ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Twister, The Mummy ... Okay. Und Nice Guys. Nee. Mit The Mummy meinst du hoffentlich den alten Film? Nicht den mit ... Nee, 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 nee. Tom Cruise. Ich meine schon den 1999. Super Film. Ja. Ja, und Kim Basinger kennt man ja natürlich auch, die die Mutter von ... Emilia. Emilia spielt. Genau. Die Catwoman ... Oder nicht ... Doch. Die hat doch Catwoman gespielt. Ja, ich kenne sie jetzt nicht als Catwoman-Woman. Nein, 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 nein. L.A. Confidential. Die hat nicht Catwoman gespielt, die hat die Reporterin gespielt im ersten Batman. Hat die nicht im zweiten Batman-Catwoman? Nein, 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 das war die andere. Gott, wie hieß die denn nochmal? Kim Basinger. Nee, die andere. Halle Berry. Nee, die dann da ... Der hat noch gar nicht gelebt. Keine Ahnung. Michelle Pfeiffer. Ja, das war natürlich Michelle Pfeiffer. Ah, ja, ja, ja. Gut. Aber Kim Basinger kennen wir dann als wahrscheinlich Basic Instinct. Ja, das ... L.A. Confidential. Ja, natürlich. Da hat sie immerhin einen Oscar gekriegt. Echt? Schass. Als beste Nebendarstellerin. Okay. Also auf jeden Fall auch bekannt. So, dann habe ich jetzt meine Seite verloren. Haben wir sonst noch was mit Schauspielern? Also ich kannte einen, aber nur, weil ich das wohl ... Also ich kannte ihn vom Gesicht her, weil ich seine Stimme kenne. Ja, ist ein bisschen komisch. Hier hieß er Keith David, der ältere Dunkelhäutige von den beiden Prügelknaben. Vom Gesicht her kannte ich den auch. Den kann ich aber nicht zuordnen. Den kenne ich nicht zuordnen. Also ich kenne ihn tatsächlich nicht aus Film und Fernsehen, aber ich weiß, dass er der Synchronsprecher von Admiral Anderson aus den Mass Effect Spielen ist. Und deswegen hat es mich ein bisschen geärgert, dass ich ihn nicht auf Englisch gucken konnte, weil ich die Stimme von dem so toll finde. Ja. Aber das Gesicht kenne ich auch. Ja, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich den mal gesehen habe. Hat auch so eine riesige Filmografie. Sieht doch auch aus wie Admiral Anderson, oder? Ja, der war wahrscheinlich auch Mocap-Schauspieler. Ja, der hat einige Filme, ach Quatsch, Filme, Computerspiele synchronisiert. Call of Duty, Fallout. Das war irgendwie lustig. Das wusste ich nicht. Und in Prinzessin Mononoke hat er Synchron gesprochen. Hm. Den Namen habe ich eben auch schon irgendwo gelesen. Hat noch jemand mitgespielt, ich glaube, Margaret Qualley oder so. Von dem Film hast du ihn noch nicht gesehen. Ich? Oder wer? Ja. Prinzessin Mononoke, was? Oh Gott. Okay. Ja, die Ghibli-Filme habe ich auch noch auf unserer Tabelle stehen. Da müssen wir aber alle gucken. Also ihr, ich kenne die. Der hat bei Armageddon mitgespielt, okay. Vielleicht kenne ich ihn da mehr. Der hat bei Armageddon gespielt. Irgendein General, ja, offensichtlich. Ja, der hat auch so ein Generalsgesicht. Ja. Aber ansonsten, die Filme, puh. Sagt mir jetzt alles nicht so viel. Ach doch, Riddick. Oh, Pitch Black. L.A. Crack. Pitch Black, der war der Priester. Ah. Stimmt, deswegen kommt er aber auch in Riddick noch vor, weil in Pitch Black der Priester überlebt. Genau. Jetzt. Ah, dann weiß ich, woher ich ihn kenne. In Requiem for a Dream spielt der mit? Ah ja. Gut, jetzt gehe ich hier auch nur die Tabelle durch. Ja, dann war es das wohl. Das war es. Oh, ein Volcano hat der mitgespielt. Können wir nicht im Podcast nur über Keith David machen? Gott, mit Tom Elie. Klar. Das ist so scheiße, der Film. The Nice Guys hat auch einen interessanten Schriftzug. Der war mir schon bekannt, obwohl ich den Film noch nicht kannte. Irgendwie dieses Logo habe ich schon gesehen. Ja, sieht ein bisschen aus wie so eine Samstag-Nacht-Show. Richtig. Genau. Wahrscheinlich hat das auch diesen 70er-Jahres-Style, soll das unterstreichen. Denn, das haben wir noch nicht gesagt, das spielt in den 70er-Jahren. Und ich finde, das haben sie ziemlich gut hingekommen, so diesen Style der Klamotten und so. Ja. Und diese selbstfahrenden Autos. Der kam irgendwie sehr natürlich rüber. Nicht so filmmäßig. Also nicht so aufgesetzt, sondern irgendwie. Also ich habe es den Leuten abgekauft. Ja, ich hatte so ein bisschen auch Querbezüge oder so Vibes zu dem letzten Tarantino-Film. Der ja auch. Ist das überhaupt 70er oder ist das sogar noch 60er? Ende 60er war es gar nicht mehr. Ja, genau. Aber wenn, dann Ende 60er. Wann waren die Manson-Morde? Ja, ich glaube, es waren 69 noch. Aber da hatte ich so ein bisschen Vibes. Das spielt ja auch in Hollywood und L.A. Und da spielt Margaret Qualley auch mit. Echt? Ja, stimmt. Once upon a time in Hollywood, meinst du. Ja, genau. Ah, 1969 bis 71 waren die Morde. Murders and Trial. Also ja, ungefähr gleiches, gleiche Zeit. Genau. Ja, dann steigen wir ein, oder? Ja, gerne. Geht ja auch direkt mit dem Tod los. Also ein Junge, der im Pyjama die Pornohefte unterm Bett seiner Eltern rauszieht und sie sich einbauen kann. Der Junge, der übrigens in Jurassic World, eine der Hauptrollen gespielt hat. Das war der Kleine von den beiden Brüdern. Die da in der Kugel sitzen. Mhm. Ah. Ja. Das waren zwei sehr nichtssagende Kinder, von denen ich traurig war, dass sie nicht gefressen wurden. Wo mich das diese Kinder, die gefressen werden in solchen Filmen. Ja. Ja, ja. Der schaut sich die nackte Misty Mountains im Playboy seines Vaters an. Unwissend, dass besagte Misty Mountains einige Momente später mit ihrem Auto durchs Haus fährt, denn sie hat auf der Bergstraße die Kontrolle verloren. Später finden wir raus, warum. Und wird aus dem Auto geschleudert und liegt dann sterbend und halbnackt vor dem Jungen und stirbt. Und sie hat wirklich, glaube ich, dieselbe Pose wie im Playboy. Ja, das ist ja der Witz, genau. Aber ich fand das insgesamt ein bisschen schön gefilmt, wie man aus dem Fenster schon sieht. Das sieht der Junge ja nicht, wie das Auto von der Straße abkommt und den Hang runterfällt. Ja. Man hört das aber nicht. Und dann geht er weiter und dann fährt das einfach durchs Haus durch. Amerikanische Leichtbauweise. Ja, sie ist ein Finger dicker Wand und sie ist einfach weg. Ja. Und da ist am Anfang noch gar nicht so ganz klar, ob sie jetzt tot ist oder nicht. Er deckt ihr ja dann die Brüste zu und nicht die Augen mit seinem T-Shirt oder was hat. Der muss sie erst mal suchen. Sie ist ja nicht in dem Auto, sondern sie ist ja aus dem Auto geschleudert worden und liegt ja auf irgendeinem Stein oder einem Baumstamm oder so. Ja. Und fragt ihn erst mal, wie er ihre große Karre findet. Genau. Und das ist sozusagen die Initialszene, wo man erst mal gar nicht weiß, was ist das jetzt? Ja. Und daraufhin wird aber dann Holland Marsh von, du hast sie eben genannt, Louis Smith, also Mrs. Glenn, beauftragt, ihre Nichte zu finden, denn sie behauptet, sie hat sie noch nach dem Autounfall lebend gesehen. Genau. Und die Nichte ist ja Misty Mountains. Man lernt ihn, aber ich weiß gar nicht, ob da oder ob das halt erst noch kommt, wo er bei der alten Witwe ist, die ihren Mann sucht oder kommt das erst später? Man lernt auf jeden Fall schon kennen, wie er, also was für eine Art Privatdetektiv ist, denn er sitzt bei einer Witwe, ähm, die ihren Mann vermisst und anscheinend ist sie ein bisschen dement, denn ihr Mann steht in einer Urne auf dem Kamin Sims. Seit wann, aber Ryan Gosling, lässt den Fall halt laufen und sagt, ah, wann haben sie ihn zum letzten Mal gesehen? Auf der Beerdigung. Also er ist eher ein Detektiv, der noch mal mehr an einer Rate interessiert ist, als an endgültigen Aufklärung eines Falls, so viel kann man schon mal über ihn sagen. Was man ja in mehreren Szenen demnächst noch belegen kann. Und gleichzeitig zu der Szene wird, ähm, der andere Hauptdarsteller, Russell Crowe, alias John Goodman, alias Jason Healy, Jackson Healy, angeheuert, alias Maximus, genau, nämlich von, besagter Margaret Qualley, die Amelia Kuttner spielt. Und die beauftragt ihn, ähm, zwei Männer zusammenzuschlagen, mehr oder weniger, die, ähm, ihr folgen. Also die, die Männer davon abzubringen, ihr weiterhin zu folgen. Mhm. Sehr creepy Typen seien das wohl. Und sie gibt ihm das, eine Adresse auf einem, so, so einem Post-it, der aussieht wie ein Schwein. Nein, nein, das ist eine rosa Kuh. Ach, ist eine Kuh? Ich dachte immer, es wäre ein Schwein. Sagen sie doch dann, es ist eine rosa Kuh. Ich dachte trotzdem, es ist ein Schwein. Ja, es wird diskutiert. Ähm, bis heute. Und, und wie sie jetzt, also, dieser, dieser Jackson Healy, der wird ja schon so ein bisschen eingeführt als, ist das, ich hab gedacht, ist der so ein, so ein Vigilante, wie man sagen würde? Ja. Der irgendwie so, ähm, das kommt ja später so ein bisschen raus. Er ist halt ein Schläger. Also, wenn du, wenn du jemanden, wenn du jemanden fertig machen willst, da kannst du ihn anheuern und der, der schüchtert Leute ein. Ist das so? Also, schüchtert ein ist gut, er bricht ihnen einfach die Nase. Ja. Oder den Aber. Aber er hat, glaube ich, auch so ein eigenes Ehrverständnis. Ich glaube, er nimmt nicht so, obwohl nimmt er jeden Job an, weil er spricht dann ja auch mit der Topf. Ja, vielleicht nimmt er nicht jeden Job an, aber er lässt sich trotzdem dafür bezahlen, Leute zu verprügeln. Weil er wird ja so eingeführt, dass er einem Typen, der ein klar minderjähriges Mädchen zu sich nach Hause mitnimmt und auf jeden Fall mit ihr kifft. Was mehr passiert, wird nicht irgendwie gezeigt, aber er wird auf jeden Fall bezahlt, um dem Typen mal die Leviten zu lesen. Und das macht er, glaube ich, auch mit ein bisschen persönlicher Befriedigung. Und ich hatte später gedacht, dass das wäre so sein Ding, dass er durch diese Deiner-Begegnung, die später genannt wird, dass er da sozusagen zu so einem Superhelden sich selbst gesehen hat, der irgendwie den minderjährigen Kindern da jetzt hilft. Ich hatte das so verstanden. Ich hatte eher, dass er halt, wie Phil meint, er ist halt ein engagierter Schläger, aber er wäre gerne mehr. Er wäre gerne ein Privatdetektiv. Kann auch sein, okay. Weil er hat keine Lizenz oder so. Man braucht da ja noch Lizenzen, um Detektiv zu sein. Und er ist ja sehr überrascht über Holland March, aka Ryan Gosling, dass der eine Lizenz ist. Der ist aber auch, also allein schon diese Szene, wie er versucht, in die Bar einzubrechen. Das ist ein Paradebeispiel, wie er arbeitet. So gut. Wie er dann da steht mit dem aufgesetzten Handling. Er muss das ein bisschen mehr erklären, Leute. Er versucht in eine Bar einzubrechen und durchschlägt eine Glasscheibe und schlitzt. Genau. Aber warum? Weil er versucht ja an die Adresse von Emilia zu kommen. Er versucht Emilia zu finden. Und er weiß, dass sie in dieser Bar abhängt. und um irgendwas mit Rechnungen, keine Ahnung, Kreditkarte, was auch immer, wollte er halt von dem Barmann bekommen und hat diese kleine, was weiß ich, 1 Dollar Note, 20 Dollar Note in so ein Hemd oder sowas zusammengefaltet und läuft damit über die Trennen. Und lässt das über den Trennen laufen. Und sagt, das hat er selbst gemacht. Und dann sagt der Barkeeper, zeigt er den Baseballschläger und sagt, den hab ich gemacht. Und da muss ich schon Ader einzubrechen. Er wickelt sich auch extra noch das Tuch um die Hand, damit er sich eben nicht die Finger aufschneidet, schlägt dann aber so fest durch diese 2 mm dicke amerikanische Glasscheibe, dass sein halber Arm quasi über die Glasscherbe rutscht und er sich die Adern aufschneidet. Und spratzt dann natürlich alles voll. Ja, kommt dann auch ins Krankenhaus. Ja, Cut, Krankenhaus und er wird da ja von einer Schwester, weil anscheinend denken sie, er ist suizidgefährdet, im Rollstuhl rausgefahren und er macht sich schon direkt die nächste Kippe an. Ja, natürlich. Es ist ein sehr rauchlastiger Film. Ja, das sind ja auch die 70er. Ja, ja. Ja, und seine seine Tochter ja, ist so, wie kann man sagen, ist auf zack und ich glaube die so 13 vielleicht, oder? Ich weiß nicht, ob das gesagt wird. Es wird sogar gesagt, dass sie 13 ist. Ja. Und die weiß, was er so tut und sie hält nicht so viel davon, von seinen Fähigkeiten und er, sie merkt schon, sie weiß schon so, dass er eigentlich die, die Kunden so ein bisschen bescheißt auch. Und das Zusammentreffen, das erste von den beiden, ist ja direkt so, dass dass Jackson Healy Holland-Marcia den Arm bricht, weil er ihn, weil er denkt, dass er einer von den beiden ist, die sie für so eine gute Szene haben. Gib mir deinen Arm. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Wenn du zum Arzt gehst, sag ihm, du hast eine Spiralfraktur. Genau, ist doch so nett und erklärt ihm, was er jetzt mit dem macht. Ich glaube, Leute, nur Leute, die okay, uns hören, glaube ich, hoffentlich auch nur Leute zu, die den Film auch schon gesehen haben, die wissen genau, was wir meinen, aber Russell Crowe klopft halt an der Tür von Ryan Gosling, der nach der harten Krankenhausnacht ihm aufmacht und der wird erst mal direkt geschlagen, weil Gott sei Dank ohne Ring, weil den hat Russell Crowe daheim vergessen, seinen Schlagring. Vielleicht noch ein kurzes Flashback, er wohnt oberhalb vom Club oder irgendwie sowas, hat aber eine sehr geregelte Morgenroutine, also er steht auf, putzt sich die Zähne, liest ein neues Wort, er hat so einen Karteikasten oder Karteikarten mit jedem Tag ein neues Wort, was man lernt, füttert seine Fische und hat eben in einer Reihe liegend seinen Kamm, seine Sonnenbrille und weiß, was ich glaube auch eigentlich sein Schlagring, den hat er da aber irgendwie auf dem Fernseher oder so liegen lassen und hat den eben vergessen, weswegen er jetzt nicht direkt Ryan Gosling die Nase bricht mit dem Schlagring, ihm aber trotzdem eine verpasst, ihn quer durch die Wohnung zerrt und ihn fragt, wer, wer, warum er nach der Amelia sucht und Ryan Gosling gibt halt auch so direkt seine Auftraggeberin preis, wer das ist und wo sie wohnt, was Russell Crowe etwas stutzig macht, denn so verhält man sich ja wohl nicht als ordentlicher Privatdetektiv und Ryan Gosling versucht dann noch schnell an seine Knarre in der Keksdose zu kommen und dann kommt diese Szene, wo ihm halt der Arm gebrochen wird, weil er sich nicht benehmen kann. Ja und dann nimmt er noch einen Apfel mit und draußen trifft er dann aber die Tochter, die ihm eine Flasche Milch schenkt, die weiß ja nicht, dass er gerade ihrem Vater den Arm gebrochen hat, noch nicht und dann kommt er nachher nach Hause in seiner Wohnung über diesem Club mit einer ganzen Packung von dieser Milch, weil er die so geil fand. Und die geht dann direkt zu Bruch. Das fand ich sehr schade, musste ich sagen, da war ich ein bisschen traurig. Trauriger, als dass er aufs Maul bekommen hat, war ich traurig, als diese ganze Packung runterfiel. Weil das sind nämlich jetzt die zwei Typen, die er offensichtlich verfolgen soll oder beschatten soll, weil sie Amelia Kuttner, also Margaret Qualley, auflauern oder verfolgen. Die haben jetzt ihn ausfindig gemacht. Und er gibt ja jetzt nicht seinen Auftraggeberpreis. Also er sagt ja gar nichts, sondern spielt so ein bisschen mit. Bis er die Gelegenheit hat, an seine Shotgun zu kommen. Und dann werden auch schon diese beiden Bösewichte eingeführt. Das ist halt einer, der also Keith David, der ältere Typ, der so ein bisschen gesetzter ist und der Professionelle. Und dann der andere, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Blueface heißt der. Der hat so ein bisschen manisch verrückt ist, der dann auch die Goldfische aus Russell Crowe's Aquarium nimmt und er ist ja sehr bemüht, dass es seinen Goldfischen gut geht und die durch die Wohnung pfeffert und Ryan Gosling meint halt, der geht das auch übrigens sehr professionell an, weil er versteht, was die Leute wollen und warum sie so handeln müssen, wie sie handeln. Aber das findet er unnötig mit den Fischen. Jetzt hasst er ihn nämlich Blueface und so kriegt er keine Informationen mehr aus ihm heraus. Und er wird ja hier sozusagen zum Blueface, weil er irgendwie so eine Aktentasche aufmacht, in der solche Farbpatronen drin sind, die explodieren bei einer Geldübergabe, sowas ist das ja, oder beim Banküberfall. Er wird noch gewarnt. Ja, ab jetzt heißt er nur noch Blueface. Und weil die Farbe geht nämlich nicht mehr ab, also lange Zeit nicht. Ja, und dann kommt es zum Handgemenge und dann greift er sich irgendwie die Schrotflinte von unterm Bett und vorher erschießt Blueface aber durchs Fenster noch irgendeine Passantin. Diese unabsichtlichen, also die spielen, finde ich, mit so ganz vielen Motiven. Also da ist eine Schießerei und einfach eine Nachbarin stirbt und danach werft mir die Waffe zu und die fliegt einfach aus dem Fenster. Das wird aber auch passieren, wenn ich irgendwas zuwerfen muss. Wenn dieses, dass da immer mal wieder jemand so nebenher stirbt, das passiert ja nicht nur einmal. Genau. Das passiert ja mehrmals. Ja, und dann kann er sich aber verjagen mit der Schrotflinte. Ja, der Ball hat ja auch ohne Rücksicht auf Einrichtung los. Und das gibt ihm jetzt aber zu denken, sich dann gleich wieder mit dem Privatdetektiv zu treffen, der aber vorher mit seiner Tochter, Moment, vorher mit seiner Tochter noch, noch mal bei dieser Tante ist, weil er will ja jetzt eigentlich beichten, dass er den Fall nicht weiter bearbeiten kann, weil, also wahrscheinlich erst mal, weil er auf die, weil er den Arm gebrochen hat dadurch und dass er ja auch, also tut er ja so und sagt, ich will das nicht, weil ich habe, weiß ja, dass sie tot ist und es würde ja gegen meine Ehre verstoßen, das jetzt weiterzumachen. Und dann zückt sie einfach so ein Checkbuch und dann weiß man schon, okay, er hat es wahrscheinlich dann doch angenommen. Was seine Tochter auch direkt weiß. Genau, im Auto dann die Szene mit dem, du bist ein schlechter Mensch oder was. Fahr los. Und dann, wieso fährt dir eigentlich das Auto? Die USA, das ist kein Problem. 13. Das ist halt auch so ein schöner Charakterzug des Fahrtans. Er ist halt auch ständig betrunken. Ja, das stimmt auch. Wieso ist das kein Problem? Man darf dann mit 13 kein Auto fahren. Mit 16, oder? Ich habe so das Gefühl, wenn der jemand daneben sitzt, der das kann, dann interessiert es einfach niemanden. Ah, die 70er. Ah, die 70er, das kann sein. Gab ja auch noch keine Katalysatoren. Nee, das waren die 80s. Ja, egal. Und keine Gurte. Ja. Jedenfalls kommt ja Jackson Healy, aka Russell Maximus, da also mit den beiden Leuten schon der Gedanke, Moment, dann habe ich vielleicht der falschen Person in den Arm gebrochen. Dann war diese Person gar nicht jene, eine der beiden Personen, die meine Auftraggeberin verfolgt haben. Und deswegen sucht er Holland March auch wieder auf. Und das ist meine absolute Lieblingsszene in dem Film, wenn eben Ryan Gosling auf dem Klo sitzt. Das mit der Tür. Mit der Tür. Das ist so, so gut. Mega witzig. Also der hat halt so ein Gefühl für, weiß nicht, wie nennt man das, Physik, Comedy und Timing. Ach, was weiß ich. Die Tür schlägt halt immer auf und zu von seiner Klo-Kabine. Es ist ultra schwierig, das hier zu transportieren im Podcast. Währenddessen fällt ihm noch die Kippe in den Mund, weil er hat halt die Kippe im Mund und die fällt ihm in die Hose und er hat in der einen Hand die Knarre, in der anderen steckt, die andere Hand steckt ja im Gips, weil ihm der Arm gebrochen wird und er hat irgendwo hält er noch eine Zeitschrift. Er kriegt es ja auch nicht hin, sich die Hose aufzuzählen. Sagt dazu, Russell Crowe, dreh dich um. Und der dreht sich um und steht da direkt vor dem Spiegel. Du weißt schon, da steht ein Spiegel. Er macht die Augen zu. Geh in die Ecke. Wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich darf eine Waffe tragen und da geht halt immer die Tür auf und zu. Ah, herrlich. Also die Szene, spätestens da hatte mich der Film zu 200 Prozent. Ich mag tatsächlich das Spiel von Russell Crowe besser, weil das so, das ist nicht so überreizt, finde ich. Er hat dann immer so ein Lächeln, wenn auch die Tochter irgendwie dann ihn erkennt, dass er der ist, der ihm den Arm gebrochen hat und hat dann so ein leicht verschmitztes Lächeln und ich mag ihn da eigentlich mehr als den anderen. Auch wenn er der böse Schläger ist, der ja gar nicht so böse ist. Ja, er spielt ja noch ein bisschen damit, wenn Ryan Goslings Tochter eben einen Auftrag geben will, ihre Schulkameradin zu verprügeln. Das ist dann auch immer ein Preisfeilchen. Wie viel Geld hast du denn dabei? Weil Healy bezahlt jetzt Holland, ich glaube, 400 Dollar, damit er zwei Tage lang eben jetzt die sucht, die er eigentlich suchen soll, weil er sie nicht finden kann. Ja, Emilia Kuttner, also ja, die soll er ja nicht suchen, sie hatte ihn ja beauftragt. Ja, klar, genau, jetzt soll er sie aber wieder suchen, weil sie hatte ihn ja schon bezahlt, aber er fürcht jetzt sozusagen um ihre Sicherheit. Genau, weil jetzt weiß er, dass die beiden Typen, die sie verfolgen, mit denen nicht zu spaßen ist. Ja. Und er hat schon einen ziemlichen Beschützerinstinkt. Hat aber auch sieben Dollar mehr gefordert, als sie ihn bezahlt hat, die noch fehlen. Ja, aber wahrscheinlich macht er deswegen auch diese, man kann ja nicht sagen, dass er keine Ergebnisse erzielt. Ja, also auch so, wie er eingeführt wird, beschützt er ja die ganzen Demsel in Distresses. Und ich glaube, ihr erster Trip ist dann zu dieser Demonstrantengruppe da zu gehen, oder? Das ist die erste Spur, die alle tot sind, so sagen sie, weil die Luft sie tötet. Und die Gasmasken haben euch nicht gerettet? Die liegen da so auf so einer Treppe, auf so einem öffentlichen Platz. Und das ist die Gruppe von Emilia, deswegen sind sie da jetzt hingefahren. Ja, weil das Holland irgendwie schon rausgefunden hatte. Weil sie, es gibt da einen ganz großen Eklat mit Detroit und der Einführung von Katalysatoren und Korruption in der Politik, dass eben die Autos weiter keine Katalysatoren bräuchten und so weiter und so fort. In dem Film wird auch immer wieder, weiß nicht, ob die es nachbearbeitet haben, ich hoffe schon, hat diese Smog-Glocke über Los Angeles gezeigt, wenn die da mit dem Auto durch die Stadt fahren und so weiter. Und es kommt auch im Radio immer wieder, man soll halt auf Sport, wenn es geht, verzichten und so weiter und so fort. Und da demonstrieren diese Studenten jetzt und genau, da finden sie die Emilia aber nicht, aber sie finden, sie finden dann einen, weil er sagt, will jemand 20 Dollar verdienen oder so? Und dann meldet sich einer von den Toten. Und der führt sie dann weiter zu einer Spur, die ein abgebranntes Haus ist. Weil dort hat der Freund von Emilia gewohnt. Mit dem hat sie Filme gemacht. Experimentalfilme mehr so. Experimentalfilme. Künstlerische Filme. Keine Pornos. Ja. Nein. Die hatten eine Message. Genauso eine Message wie der Drei Käse hoch, der da mit dem Fahrrad angefahren kommt. Ja. Ihr schickt sie dann irgendwie weiter noch, oder? Ja, da kommt auf jeden Fall was raus, weil sie nehmen ja einen Eindemonstranten mit, der so ein bisschen schluffi-puffi ist. Ja, er gibt ihnen doch den Namen von den Produzenten. Ah, ja, ja, genau, genau. Genau, von Robert Downey Jr. Genau. Und sie... Der Pornofilm-Mogul. Genau. Experimentalfilm-Mogul. Genau. Da kommen sie dann ein bisschen später erst drauf, als sie da so ein Schild sehen bei so einem Club oder so. Und dann kommt, glaube ich, schon die Party von dem, wo sie hinwollen. Ja, da ist die nächste. Und die Szene dauert ziemlich lang, diese Partyszene. Ja. Das ist so eine typische 70er Jahre freizügige Party mit Pool und auf mehreren Stockwerken in so einem... Meerjungfrauen. Ja, Meerjungfrauen im Pool und so ein... Ja, so ein Betonhaus da in L.A. Also ein richtig... In den Hügeln. Szene-Szene-Ding da. Genau. In den Hügeln. Und da gibt's Nutten und so einen Scheiß. Sag nicht so einen Scheiß. Sag Nutten. Sagt er zu seiner Tochter dann, wenn sie sagt so einen Scheiß. Und sie fährt mit zu der Party im Kofferraum versteckt. Genau. Und als sie sie im Kofferraum findet, weil sie klopft, macht er erstmal den Kofferraum einfach wieder zu. Will den Schlüssel dem Parkwächter geben, der ihm aber dann sagt, nee, so kann ich das Auto nicht annehmen. Und dann schickt er sie im Taxi wieder heim. Sie steigt aber irgendwo direkt wieder aus, weil ist dann gleich wieder auf der Party. Und dann teilen die beiden sich auf, Healy und Holland. Und dann sieht man halt so, was sie unterschiedlich erleben auf der Party. Und wie sie unterschiedlich trinken. Ja, genau. Das spielte die ganze Zeit so damit. Man hat so den Eindruck, weil Healy lehnt ja irgendwie jeden Drink und so immer ab. Das soll natürlich direkt implizieren, dass er irgendwie ein trockener Alkoholiker ist. Habe ich so das Gefühl. Warum sollte denn sonst jemand was nicht trinken? Also das ist so ähnlich wie das Kopftuch. Aha, das muss Krebs sein. Krebs sein, ja. Und Holland haut sich die Kutte zu mit allen möglichen Drinks, die er bekommt. Ja, er nimmt jedes Glas von jedem Tablett, was an ihm vorbeikommt. Genau. Findet aber auch viel heraus, muss man dazu sagen. Während der den Meerjungfrauen im Pool hinterher schwimmt. Ja, er verhört die Meerjungfrauen, er verhört die Häuptlingstochter und fällt dann vom Balkon. Und kommt unten im Gebüsch an und macht sich eine Kippe an und dann sieht man Robert Downey Jr. tot neben ihm am Baum sitzen. Ja, und in der Zeit hat Healy das Privatzimmer sozusagen von dem Produzenten durchsucht. Und hat da auch ein paar Sachen entdeckt, die später dann nochmal wichtig werden. Ja, hat erstmal einem Typen den Kopf auf den Glastisch gehauen. Genau. Weil der halt mit Hollands Tochter Holly Pornofilme guckt. Also er guckt sie im Beisein von Holly, nicht aktiv mit ihr zusammen. Ja. Und versucht dann noch eben so erziehungstechnisch Holly zu sagen, dass sie sich sowas nicht angucken soll und sie soll jetzt gehen. Und findet dann aber auch die Kostüme, glaube ich, des Experimentalfilms, den Amelia aufgenommen hat, zusammen mit einem weiteren Der Rosa-Kuh-Zettel. Mhm. Und macht dann selber halt die Detektivarbeit, dass Amelia darin mitgespielt haben muss und von dort, wo aus diesem Haus anscheinend die Zettel stammen. Ja. Und dann eskaliert das Ganze so ein bisschen. Noch nicht. Aber dann geht ja Hilly auch runter, weil er hört dann irgendwann die Rufe von Holland. Und dann überlegen sie sich, sie müssen jetzt die Leiche loswerden. Dann schmeißen sie über den Zaun. Ja. Und ich habe erst noch so gedacht, die tragen die jetzt da irgendwie zum Zaun. Da hätten sie sich auch einfach gleich da liegen lassen. Aber während ich noch darüber nachdachte, musste ich sehr lachen, weil man die andere Seite vom Zaun sieht, die einfach irgendwie steil runter geht und unten ist irgendwie eine Familie auf einem Tisch. Und da fällt er denen auf den Tisch. Das ist eine Hochzeit, oder nicht? Ja, ja. Irgendwie so eine Feier ist da unten. Feiern da und dann fällt auf einmal eine Leiche auf den Leichen. Die anderen beiden drehen sich um und gehen. Ja. Das Mädchen, was von der Leiche vorher noch weggelaufen ist in der Nähe, das war aber nicht der Media, oder? Doch, das war der Media. Und er hat sie nicht erkannt? Achso, er kennt die ja gar nicht. Er kennt sie nicht. Ja, stimmt. Nö, stimmt. Außerdem war er, glaube ich, noch ziemlich geschockt, weil das hat, wurde auch, finde ich, grandios geschauspielert. Achso. So, und dann eskaliert das Ganze. Endlich. Endlich. Und der ältere Kerl und Blueface kommt zur Party. Ja, genau. Und während der Healy sich mit dem Älteren prügelt, im und am Jacuzzi, hat sich die Tochter von, also Holly, hat sich irgendwie Zutritt zum Auto von dem Blueface verschafft. Nö, sie wurde da hingebracht. Ja, ja, weil sie auch Amelia sucht. Sie hat sozusagen eigene. Genau, sie hat aktiv nach Amelia gesucht. Genau. Und dann hat eine andere, weiß nicht, eine von den Nutten oder Schauspielerinnen hat halt sie dann zu dem Auto gebracht, wo Blueface drin ist. Ja, und der hält sie jetzt fest, weil er ja Amelia killen will. Die dann auch auftaucht und er will auf sie schießen, aber Holly, glaube ich, zieht die Tür, die Autotür wieder zu und klemmt ihm die Hand ein, der arme Kerle. Na ja, also, er hat's verdient. Ja, er hat's verdient. Er hat noch, äh, ja, er kriegt's ja auch noch. Und dann flieht Holly mit Amelia und der Typ fährt hinterher und Ryan, der sehr betrunkenne Ryan Gosling, klaut dann auch ein Auto von dem Parkplatz und fährt auch hinterher, während, äh, Healy läuft, glaube ich. Ja, der hat ja erst mal noch so ein bisschen, wie gesagt, er klebt ja mit dem anderen. Ah ja, der hat ja oben noch die Prügelei, ja, und läuft dann hinterher. Ja, das Ende finde ich da aber noch ganz lustig, weil dann sagt er, bitte töte mich nicht, ähm, ich gebe dir Geld, ich werde verschwinden und nie mehr auftauchen oder ich werde die Stadt wechseln oder sowas. Und dann meint er so, wohin Michigan, das geht. Ja, das fand ich auch gut. Michigan ist okay und dreht sich um. Ja, und dann will Blueface, ähm, die beiden umbringen, weil, äh, er holt sie ein mit dem Auto und wird dann einfach von irgendeinem Bus überfahren, der dann noch nicht stehen bleibt. Also, er bleibt nochmal kurz stehen und fährt einfach weiter. Hatte nichts mit ihm zu tun, oder war Zufall? Nö, der kam einfach ums Eck im richtigen Moment. Ja, genau. Ich hatte ein, äh, erst gedacht, dass das, ähm, halt Russell, nach Quatsch, Russell Crowe, dass es eben Ryan Gosling in diesem roten Sportwagen ist, aber der, weiß gar nicht, ob der da schon im Straßengraben sitzt, auf jeden Fall fährt der ja komplett dran vorbei. Ja, genau. Ja, dann, äh, dann, äh, tötet Russell Crowe den Blueface, weil er hätte das mit den Fischen echt nicht machen sollen. Überspielt das dann aber gegenüber Holly so, dass er seinen Verletzungen erlegen war. Er hat's nicht geschafft. Sie haben uns erwischt. Ah, sie haben uns erwischt. Ja, und, ähm, weil nämlich Amelia, äh, nee, Quatsch, weil Holly da bleibt, um dem eigentlich zu helfen, ähm, läuft Amelia alleine weg. Das heißt, sie haben sie wieder verloren. Ja. Aber sie stellt sich auch manchmal sehr dumm an, das muss man ja wirklich sagen. Amelia. Ja. Ziemlich. Viel Glück hat sie nicht in diesem Film. Ja, und jetzt, äh, an diesem Tatort, ähm, jetzt wird, ja, dann Healy wiedererkannt und dann erfährt man so ein bisschen Background-Story eben, was in diesem Diner passiert ist. Da hat er wohl irgendwie jemanden, der mit der Schrotflinte der Amok gelaufen ist, den hat er ausgeschaltet. Kommt dann später raus. Erzählt er dann abends dem, ähm, Holland, dem total betrunkenen Holland, der auf dem Sprungbrett seines Pools ohne Wasser liegt. Seines riesigen Aschenbechers. Genau. Der ist ja nur gemietet. Genau, und einfach nachfragt, er will die Geschichte hören und schläft dann einfach direkt ein. Ja, das war, war ein bisschen respektlos. Aber gut, er ist auch richtig besoffen. Ja. Und dann? War es nicht zuvor noch an diesem Ort, dass, äh, plötzlich so eine schwarze Limousine vorfährt und das ist halt die, äh, nee. Die werden angerufen von, von Amelias Mutter, oder? Ich weiß es gar nicht. Nee, die fährt da, ich glaub, die fährt da dann vorbei. Die fährt da vor, ne? Ja, genau. Glaube schon, ja. Naja, genau, also diese Mitarbeiterin mit dem Deiner, das war die ja schon, die aus dem Deiner kannte, oder? Das war ja schon die Mitarbeiterin von, und dann kommt die. Ja, und beauftragt sie, doch allumfassend Amelias zu suchen, die nach Aussage eben von, von Amelias Mutter durchgedreht sei und, äh, denke, dass ihre Mutter sie umbringen lassen wollte. Dabei will ihre Mutter nur die, die, die Porno-Mafia in Los Angeles bekämpfen und Ryan Gosling's Charakter, so. Pornos, aha. Welche genauso? Nütze ich dann aber ja so. Was sind ihre Lieblingsporno? Kniff und Z. Weil, weil, weil sie sagt so, sie sagt erst so, ähm, als er sagt, ich, ähm, ich kenne sie, ähm, sie kümmern sich doch um die, ähm, um diese Abgas, Abgaswerte, um diesen Skandal. Und sagt sie, ja, das mach ich aber nur zur Hälfte meiner Zeit, die andere Hälfte beschäftige mich mit Pornos. Und dann sagt er, was ist die Lieblingsporno? Russell Crowe schubst die dann so, nee, 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 nee. Genau. Die meint das anders. Und dann schreibt sie ihr schon, äh, ihnen schon einen Check über, über 10.000 Dollar. Das ist auch so eine gute Szene, ja. Und, und dann sagt, äh, Holland, das kostet mindestens 5.000 Dollar. Und guckt dann auch noch so rüber zu Russell Crowe und nickt ihm dann auch so wohlwollend zu, so, ha, so macht man das. Und sie so, äh, okay, und zerreißt den 10.000 Schritt wieder. Ich fühlte mich sehr gut unterhalten in dieser Szene. Ja, und da kriegen sie irgendwie die Spur, ähm, dass in irgendeinem Hotel oder an irgendeinem Ort, ähm, dieses Treffen stattfinden soll. Das ist ja dann wieder so die neue Spur, der sie dann folgen, oder? Wo es dann geht, ob er ein guter Detektiv ist oder nicht, weil, ist das jetzt am Flughafen, oder ist das gar nicht am Flughafen? Und da fahren sie erst falsch. Zu diesem Wohnblock, der aber schon vor zwei Jahren abgerissen wurde. Mhm, genau. Und dann, äh, vielleicht doch der Flughafen. Genau. Und da finden sie genau das Hotel dann. Das war dann eine Abkürzung für irgendein Hotel. Mhm. Ja, und da gibt's noch mal wieder eine lustige Szene mit dem Barkeeper, den sie ja dann erst befragen. Er hört damit auf. Womit? Genau. Sie können, sie können die sanfte Tour haben, oder? Das war ja jetzt schon die sanfte Tour. Und dann wird er aber sehr gesprächig und erklärt, dass da oben ganz fiese Fieslinge sind und sie besser nicht hochgehen sollen, weil das nämlich so Typen ohne Sack sind. Keine Ahnung. Da ist ja auch schon mal jemand vor ihnen hochgegangen. Ja, genau. Der nicht mehr wiederkam. Richtig. Ja, und ich glaub, also, irgendwo weiter vorher, ich glaub von Blueface, Ah, ja, Blueface hat gegenüber Russell Crowe nämlich jemanden erwähnt und zwar John Boy. Ah ja, John Boy wird kommen. Dass sie aus Detroit jetzt John Boy rübergeschickt haben. Genau. Und das ist die Person, die nach oben gegangen ist und nicht mehr runtergekommen ist. Aber dafür sind andere runtergekommen. Ja, und nicht mehr im Aufzug. Nee, sondern nebenüber. So witzig, wie sie da aus dem Aufzug rausgucken. Und so links und rechts sterben die Leute. Sie gucken sie einfach nur kurz an, gehen wieder zurück in den Aufzug und fahren runter. Genau. Und neben ihnen fallen gehen die Wachen aus den Fenstern das Haus runter. Ja, aber dann fallen ja nicht nur Leute vom Haus runter, sondern plötzlich springt ja auch Emilia auf ihr Auto. Ja. Die anscheinend auch von irgendwo her runtergesprungen oder gefallen ist. Geflüchtet irgendwie, ja. Ja, Feierleiter wahrscheinlich, ja. Ich glaube nicht, dass sie runter wird. Und dann nehmen sie sie mit. Ja, mit nach Hause in das gemietete Haus, wo die Tochter mit ihrer Freundin spielt. Genau. Und dann dreht sie die Geschichte so ein bisschen rum und sagt halt, dass die Mutter sie töten will. Das wissen sie ja von der Mutter schon. Hat die Mutter ja quasi so eingefädelt, dass sie das schon verraten hat. Und jetzt wissen sie nicht, ob das stimmt oder nicht, aber Holland hält sie für durchgedreht auf jeden Fall. Aber sie sind jetzt halt irgendwie nicht so richtig sicher. Was da wieder noch lustig ist, am Anfang wollen sie ja die Kinder immer rausschicken. Und hinterher meint er dann sogar so, und was sagt ihr dazu? Als wären die jetzt so voll im Team. Dann werden sie angerufen wegen dieser Geldübergabe, oder? So geht's dann weiter. Ja, sie sagen doch dann, dass sie das Geld brauchen, um die Tochter quasi freizupressen oder was auch immer. Auszutauschen. Und bekommen doch dann diesen Koffer mit den angeblichen, ich glaube, 100.000 Dollar oder so. Ja, und das ist die Assistentin von der Mutter, oder? Genau, richtig. Genau, genau, die Tally. Also die Amelia erzählt ihnen ja auch noch, dass ihre Mutter sie umbringen will, weil sie diesen Experimentalfilm gedreht hat, in dem sie den ganzen Skandal offengelegt hat. Also es war wirklich ein Film mit Handlung. Ja. Und dass deswegen sie hinter ihr her wären. Und dann macht, ich weiß nicht, ob es bei den beiden schon Klick macht, aber bei mir hat es auch Klick gemacht, warum eben das Haus des Regisseurs abgebrannt ist, warum der Produzent tot in seinem Garten liegt und so weiter und so fort. Anscheinend ist sie nämlich nicht ganz so verrückt, wie sie, wie die Mutter, wie sie scheint oder die Mutter uns hat glauben lassen. Und durch diese Übergabe-Geschichte werden sie ja jetzt eigentlich nur von zu Hause weggelockt, absichtlich. Ja. Damit John Boy seine Arbeit verrichten kann. Und das fällt ihnen dann auf, nachdem sie einen Unfall bauen, weil Holland am Steuer eingeschlafen ist. Und von einer Biene träumt. Weil die Bienen kommen ja auch immer wieder mal vor, dass es irgendwelche Killer-Bienen, glaube ich, gibt. Keine Ahnung, ob das auch so ein 70er-Jahre-Trope ist. Okay, ich dachte, die Bienen hätten auch wegen der Luftverschmutzung Probleme oder sowas. Das sagt die Biene hier zumindest, die hinter ihnen im Auto sitzt. Und die raucht. Ja, genau. Und er kann dir auch die Hände vom Lenkrad nehmen, weil die Autos fahren ja von allein. Das können die Autos nicht. Das sagt Hili ja auch noch. Du brauchst die Hände nicht am Lenkrad haben, die Autos fahren allein. Wow. Stimmt. Wow. Ja, dann wird er wieder wach und wir fahren in diese Wasserfäße. Ja, das zeigt er eben noch den Knöchelholster, weil Hili hat den Knöchelholster. Ach ja, ja. Ach so, deswegen war das später dann. Ja. Ja klar, deswegen hat er dann nach Besuch. Ja, das schenke ich. Das hat er geträumt. Oh Mann. Genau, und dann fliegt der Koffer über die Wasserfässer und dann geht er auf. Diese Brücke. Genau. Und dann platzt auf und rauskommt irgendwie kaputt geschnittene Zeitungsartikel oder sowas. Auf jeden Fall kein Geld. Und eben kein Geld. Ja. Und dann geht ihm dann doch ein Licht auf. Ja, richtig. Ja, beziehungsweise irgendwie Holland immer noch nicht. Später, wenn er die Assistentin trifft, dann sagt er immer noch, sie wurden beschissen. Da war gar kein Geld drin. Ja, er baggert sie aber halt auch an jeder Möglichkeit an. Ja, stimmt. Will einfach gar nicht einsehen, dass sie zu den bösen Leuten gehört. Ja, genau. Gut, aber an der Stelle wissen sie jetzt, aha, sie wurden wohl weggelockt. John Boy, jetzt müssen sie schnell wieder nach Hause. Genau, dann drehen sie wieder um. Ja, der ist schon da. Bedroht die Kinder. Genau, weil es wurde ja auch gesagt, also die Mutti hat ja gesagt, sie schickt den Hausarzt, Privatarzt, was auch immer vorbei, damit der sich um die Tochter kümmern kann. Und er gibt sich dann halt aus dieser Arzt aus, wenn er da klingelt. Genau. Und die Tochter lässt ihn dann ja rein, weil sie halt denkt, er wäre dieser Arzt. Findet ihr nicht auch, dass der ein bisschen aussieht wie der Witcher-Schumspieler? Ja, auf jeden Fall. Dem sein Bild in der Wikipedia, wenn du da mal draufklickst, sieht, wie heißt der? Matt Bomer. Der sieht ziemlich aus wie der Witcher. Dann sollen sie den für die dritte Staffel nehmen. Genau. Ja, stimmt. Ja, also was sehr ähnliches. Sollen die wirklich den nehmen? Der kriegt aber Emilia gar nicht zu Gesicht, denn... Im Haus jedenfalls noch nicht. Genau. Denn die Tochter, also Holly, hat schon rausbekommen, dass er der Typ ist. Also sie hat da schon so eine Ahnung und bedroht ihn dann mit der Waffe. Ja, wohingegen Hollys Freundin nicht ganz die hellste ist. Aber die fliegt dann ja auch gleich durch die Fensterscheine. Genau. Das war eine schöne Szene. Und der schmeißt die durch die Fensterscheibe und damit er fliehen kann, weil ja die Waffe auf ihn gerichtet wird, dann muss er sich erstmal wieder in eine bessere Position zu bringen und seine Waffen aus dem Auto zu holen. Weil offensichtlich kommt er nur mit dem Rasiermesser nicht weiter. Ja, und holt dann gleich mal eine vollautomatische Knarre raus. Und deckt das Haus, wie auch die beiden mittlerweile angekommenen Marge und Heli mit Kugeln ein. Die schießen zurück. Die Palmen vor dem Haus kriegen was ab. Das gesamte Haus selbst kriegt was ab. Und irgendwie retten die beiden, Marge und Heli, sich auch in das Haus. Und dann kommt diese, wirft mir eine Pistole zu. Das Magazin zu, oder? Ich dachte, das wäre ein Magazin gewesen. Nee, den Colt. Das war der Verwalt. Achso. Ja. Und den dann Weinkostling einfach so aus dem Fenster wirft. Die hatten halt wirklich am Set erst, war es so im Drehbuch, dass sie ihn da hinwirft. Und dann hatten die gesehen, wäre es nicht einfach viel besser, wenn man das aus dem Fenster wirft. Und dann haben sie sich darauf geeinigt. Fun Fact. Ja, ich habe viele von diesen Interviews nachher geguckt. Die beiden haben auch außerhalb des Films eine so schöne Chemie, dass ich mir viel zu viele Interviews zu den Filmen angeguckt habe. Vielleicht auch noch ein Fun Fact. Ich habe irgendwo gelesen, dass das eigentlich eine Serie werden sollte, das Drehbuch. Dass es aber dann in den Film umgebaut wurde, weil der Plot nirgendwo hinführt. Also der Plot war für eine Serie zu, zu, ja, dünn, kann man mal sagen. Sonst wäre es eine Serie geworden. Ja, könnte ich mir so grundsätzlich schon gut vorstellen. Ja. Ein bisschen Miami Vice in Gut. Ich glaube, Miami Vice habe ich nie gesehen. Ich kenne auch ehrlich gesagt nur so die Vorschau und Titelmelodie. Und dann diesen schlechten Film mit Jamie Foxx. Ich hätte jetzt fast Jamie Lee Curtis gesagt. Und hier, wie ist der mit den Augenbrauen noch? Jamie Lee Curtis, nee, Tommy Lee Jones. Nein, andere Augenbrauen-Schauspieler. Jamie Lee Curtis ist ja eine Frau. In Brügel sehen und sterben. Nicht in. Ja. In Brüsch. Ja, ich weiß, wer du meinst, aber ich weiß nicht, wer heißt. Colin Farrell. Ja, genau der. Colin Farrell und Jamie Lee Foxx. Ja, der aus dem Film, den wir hier auch im Impulssender letztes Jahr besprochen haben. Lobster. Lobster, genau. The Lobster. So, zurück zum Film. Jetzt kommt eine Szene, da habe ich jetzt so, die hat so ein bisschen den Stil gebrochen, fand ich. Da habe ich nicht mitgerechnet. Denn Emily haut mal wieder ab. Nee, Emilia. Emilia. Haut mal wieder ab. Ja. Und sie schaffen es ja dann auch, den John-Boy in die Flucht zu schlagen, weil die Polizei irgendwann auftaucht. Also man hört sie reden. Und dann fährt er mit dem Auto weg und Emilia kommt aus dem Wald oder aus dem Gebüsch und sagt, sie müsste hier schnell weg. Er freut sich schon und da sieht man einfach nur von außen, wie er sie aus dem Autofenster erschießt. Wie er auch guckt, als sie dann plötzlich aus dem Gebüsch kommt und er so, ah, das ist ja praktisch. Aber das fand ich war schon, da habe ich gedacht, huch, das passt jetzt aber nicht. Das hat mich auch überrascht. Ja, es war auch, also ich meine, sie hat ja von vornherein nicht viel Charakter. Und sie war immer so, eher halt so ein Trope nicht, aber sie war eher ein Stück Handlung, was eben die beiden Hauptcharaktere verfolgen. Und dementsprechend locker wurde sich ihrer jetzt auch entledigt, als würde man halt ein Stück Inventar wegtun. Ja, hatte ich trotzdem nicht mitgerechnet. Nee, nee, aber es war sehr, sehr klar, weil ihr vorher nicht viel Charakter zugeschrieben wurde und deswegen jetzt, um, um, um das weiter noch Richtung, Richtung Automesse zu eskalieren und sie hat ihre Arbeit getan, ihr wurde sich ihrer entledigt. Ja, klar, passt halt, wie gesagt, für mich nicht zur Stimmung bis jetzt. Also klar. Nee, das ist ein klarer Bruch, da gebe ich dir recht. Sind ja schon die ganze Zeit irgendwie Passanten im Hintergrund gestorben, aber irgendwie, das war nochmal was anderes. Ja. Und dann wollen sie jetzt ja auch eigentlich, das Ganze ist jetzt eigentlich vorbei, aber dann kommt Mrs. Glenn nochmal, die Tante von Misty Mountain. Ja. Denn sie sagt, sie hat ihre Nichte schon wieder gesehen. Übrigens, was ja auch der Witz dabei ist, ist, dass sie ja so riesen Stammtisch-Aschenbecher als, 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 genau. Also richtige Flaschenböden. Ja, und, ähm, äh, äh, Healy, also sie beschreibt ja auch das Outfit ihrer, ihrer Nichte, wie sie sie gesehen hat. Und Healy erkennt das Outfit wieder, denn das war das, was Misty Mountains in dem Porno getragen hat. Ja, blau ratisch. Äh, Experimentalfilm, sorry. Genau, das hat er ja in diesem, in dem Raum, wo er war, gesehen, das hing ja an der Wand, oder? In dem Raum von Produzenten. Genau, richtig. Und mit dem Flyer, äh, ach Quatsch, Post-it. Ja. Das sagt er nämlich jetzt auch alles. Und dann macht er, verbindet er die, die, äh, Bausteine, während Ryan Gosling an diesem komischen Tisch eben einen geheimen Knopf findet, der dann den Tisch zu einem Produktion, also zu einem Projektortisch umwandelt. Genau. Das heißt, sie haben den Film gesehen. Genau, also die Tante hat den Film gesehen, nicht ihre Nichte. Genau. Gott sei Dank hat sie anscheinend nicht den kompletten Film mit ihrer Nichte gesehen. Sondern nur den Teil, in dem sie noch angezogen war. Und dann wird klar, aha, der Film ist wahrscheinlich tatsächlich jetzt eher für diese Automobilmesse gemeint, dass es da diese Protestaktion geben sollte und dann tauchen sie nämlich dort auf. Genau, denn dort ist, äh, Chad, das ist der Junge, der bei den Klimaaktivisten oder den, den Kat-Aktivisten rumlag und sie zum abgebrannten Haus geführt hat. Ja, genau. Der kleine Kiffer, der, äh, als Filmvorführer arbeitet und der da auch die Kontrolle über die Filmrollen hat und besagten Experimentalfilm in die Dia-Show der Automesse einbaut. Ja, und da kommt's auch wieder zu Handgemengel, Schießerei mit John Boy und allen möglichen Eskalationsstufen eigentlich. Stimmt, da nicht dieser komische End, der da im Hintergrund rumläuft? Ja. Dieser Baum, ja. Dieser Baum auf den Stelzen. Ja. Unter anderem, ja. Und der, ähm, wie heißt der, Chad wird aber überlebt, der wird aber zuge-, böse zugerichtet von John Boy. Ja. Der wird zusammengeschlagen und dann diese Mülltonne gefunden. Ja. Aber deswegen erfährt dann, ähm, ich glaub Healy, dass dieser Film reingeschnitten wurde. Und dann wollen sie den Film, äh, sicherstellen und alle jagen diesem Film nach. Ja, sie werden dann ja noch von der Sekretärin von Telly gestellt, als sie den Film eben in dem Vorführraum suchen wollen. Und dann kommt, kommt Amelia, ne, ach Quatsch, Amelia Holly, die Tochter, mit, ähm, Simmerservice-Trick und, und kippt halt so eine Kanne Kaffee auf, auf Telly. Der Kaffee ist kalt. Wieso hast du mich mit kaltem Kaffee beschützt? Ich dachte, er wäre warm. Aber dann rutscht sie auf dem Kaffee aus und schlägt sich ordentlich den Kopf an. Genau. Ja. Und da hatte ja vorher noch, äh, Holland auch diese, hat sich ja zu Füßen geworfen von Healy und hat den, den Holster, den Holster mit der Pistole gesucht. Ich trage kein Holster. Ja, und dann gibt's mehrere Kämpfe und der Film fliegt erstmal irgendwie aus dem Fenster und ich glaub, ähm, Holly schmeißt ihn sogar dann da runter. Ja, die andere, die Sekretärin versucht ihn dann ja noch zu greifen, aber er fällt halt aus dem Fenster, genau. Der liegt dann unten in einem Auto, in dem Autosalon. Und das brennt, weil John Boy Granaten reingeworfen hat, irgendwie sowas. Ja. Äh, John Boy schießt ja auch dann wild um sich, tötet alle möglichen Sicherheitsmänner und prügelt sich dann noch mit, äh, Healy, während, äh, Holland March auf der Jagd nach der Filmrolle ist. Ja. Wer, aber irgendwie, könnte er nicht schon, der Film, läuft der nicht schon? Der läuft, der läuft, äh, vorher schon, der wird ja dann wieder eingepackt, genau, wird dann abgeschaltet. Ja, er zerschießt doch den Projektor durch das Fenster. Ah, genau, ja. Deswegen wirft er erst die Granaten in das Auto, um für Ablenkung zu sorgen und dann feuert er ja auf den Projektor die ganze Zeit. Ja, aber der Schaden ist schon getan. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, was ich nicht so richtig nachvollziehen konnte, ist, warum dieser Film jetzt ein Beweis ist, dass die, die, ähm, Justiz, also die Mutter da drin beteiligt war, aber irgendwie ist das der Beweis. Ja, hab ich auch nicht verstanden, weil eigentlich, also, selbst wenn sie das alles sagen, ist das ja kein Beweis. Meistens ist ja dann einfach nur, uh, irgendeine Aussage gegen Duftkorb. Aber deswegen führt das ja auch nicht wirklich zu was, ne? Die sind ja nachher im Gerichtsgebäude und, äh, die Mutter wird ja, glaube ich, freigesprochen. Ja, das wird nicht so richtig klar. Die sagt ja noch, es könnte sein, dass ich verurteilt werde. Ja, aber nachher sitzen die beiden ja in der Kneipe und da trinkt ja sogar auch Hili was. Und das kommt für mich so ein bisschen rüber als Same Old, Same Old. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst mit dem Begriff. Ach so, ja, so läuft eh wieder alles mit den, in den gewohnten Bahnen. Also, du kannst aufzeigen, dass sie Scheiße bauen, aber es interessiert halt niemanden. Die werden trotzdem, die sind zu mächtig, um eingebuchtet zu werden. Das meine ich mit Same Old, Same Old. Ja, sie sagt ja, selbst wenn sie jetzt in den Knast geht, es wird einfach jemand anderes quasi das Zepter übernehmen und es weiterführen. Also, sie, es liegt nicht an ihr, sondern das ganze System steht halt dahinter. Ja, das passt ja auch zu Film Noir dann wiederum. Ja. Ja, und im Abschluss sitzen die beiden dann in der Kneipe und Holland March zeigt Jackson Healy eine neue Zeitungswerbung für ihre gemeinsame private Deckteil. Ja. Und das, finde ich, wäre dann schon eine coole Spin-Off-Serie, aber welche Serie können sich die beiden Schauspieler leisten? Ja, heutzutage. Also, ich könnte. Ja, heutzutage geht das eigentlich schon. Ja, aber das ist immerhin acht Jahre her. Ja. Sechs Jahre. Ja. Glaube ich nicht, dass das noch passiert. Nee, das glaube ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Der war ja auch ein Box-Office. Ich glaube, der Film war auch gar nicht erfolgreich. Er war nicht erfolgreich. Er hat aber gute Bewertungen. Sehr gut. Er ist ja auch ein bisschen so unterm Radar, aber der hat 50 Millionen am Budget gehabt und 62 Millionen weltweit. hat eingespielt. Ja, das reicht halt bei weitem. Nee. Und ich habe ihn ja auch nicht gesehen bis jetzt, aber ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe sogar manchmal gelacht. Ich auch tatsächlich, ja. Ja. Ich habe sogar manchmal gelacht. Also, ich habe manchmal laut gelacht tatsächlich. Oha. Zum Beispiel bei dem Entsorgen der Leiche. Ja. Das ist ein leider viel zu wenig bekannt, der Film. Ja. Das ist ein wirklicher Film, den ich schon mehrmals gesehen habe und der mir immer wieder gute Laune macht. Ja. Man kann ja sagen, es ist ein Geheimtipp. Ja, das kann man wirklich sagen. Schaut ihn euch an und am besten hört ihr diesen Podcast, wenn ihr ihn geschaut habt. Und wenn ihr das hört, ist es in beiden Fällen schon zu spät. Gut. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Nö. Freut mich, dass er euch gefallen hat, ehrlich gesagt. Freut mich auch. Eine Perle. Ja, also ich habe den jetzt, glaube ich, auch zum, weiß ich nicht, dritten oder vierten Mal gesehen. Und ja. Der ist jedes Mal wieder unterhaltsam. Ja, ne, der wird nicht alt. Keine Ahnung. Ist ja schon, die 70er sind ja schon, also. Ich bin immer ein bisschen skeptisch über Komödien zu sprechen, weil ich denke eigentlich immer, man kann nicht so viel darüber sprechen. Aber das war, glaube ich, der Gegenbeweis, das klappt. Hat ja auch bei Ghostbusters schon geklappt. Das heißt, wir müssen jetzt einen Leslie Nielsen-Film machen. Das habe ich nicht gesagt. Wenn du den vorschlagen willst, gerne. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, ja. Kommen wir zum Ende. Tschüss. Tschö. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Abspann. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020